Hallo ihr Lieben! Heute kümmere ich mich um die weiteren Ranghilfen für meine Erbsen. Das ist auch schon Teil 2. Wer den ersten Teil verpasst hat, verlinke ich euch einmal oben rechts. Ansonsten habe ich auch schon Ranghilfen für die Bohnen gebaut. Da gab es eine eigene Folge zu. Das ist einmal für die Geschichte und dafür. Und was bei den Erbsenteil 1 entstanden ist, ist dieser kleine Zaun, der da entstanden ist. Bevor ihr die zweite Folge guckt, auf jeden Fall erst die erste anschauen. Und ich lege direkt los! Ihr kennt natürlich schon, das Prinzip ist das gleiche wie vorher. Deswegen mache ich alles ein bisschen schneller. Detaillierter seht ihr es auf jeden Fall in der ersten Folge. Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Stinknormale Knoten, umwickelt hin und her. Ihr habt das gesehen. Alles nicht so schwierig. Wenn alles zusammengebaut ist und man mehrere Sachen befestigt hat, dann verleiht das dem Ganzen auch noch mal die Stabilität. Und so mache ich auch hier jetzt einfach mal weiter. Ich habe mir eine neue Rolle besorgt. Die andere ist fast alle. Wohne da natürlich schon fleißig genutzt. So eine Rolle kostet mich 1,30 Euro. Ich finde, das ist sehr ergiebig für so eine Ranghilfestöcker, die nichts kosten. Ein bisschen Seil und schon hat man was stehen. Da muss man nichts kaufen, Leute. Woops. Ja, ich leg einfach mal los. Ich mache jetzt gerade die letzten Knoten und die letzten Umwelten. Entwicklung. Und dann bin ich auch schon durch. Und dann werden die Ranghilfen dann platziert. Aber ich denke, ich werde dann nachträglich noch mal ein bisschen Stabilität in die Geschichte bringen. Aber eins nach dem anderen. Eine Konstruktion muss wachsen. Und wenn irgendwas nicht sicher und nicht richtig fest ist, kann man ja immer nachsteuern. Also auch bei der Höhe letztendlich habe ich mich auf die Verpackung verlassen. Das ist so 50 Zentimeter werden sollen. Ich habe ein kleines Stück oben drauf. So 10-15 Zentimeter Puffer auf jeden Fall drin. Und ich bin mir sicher, das wird schon ganz gut aufgehen. Und wie gesagt, man kann ansonsten nachsteuern. Und wie gesagt, man kann das nicht mehr steuern. Und wie gesagt, man kann das nicht mehr steuern. So ihr Lieben, das ist das Gesamtergebnis. Ich finde, die Dinger sind an sich schon stabil genug. Dafür, dass die Erde noch trocken ist. Das wird sich alles noch absacken, verdichten, allein wenn ich gieße. Und ja, ich bin wie gesagt sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr mögt das auch. Ich konnte euch in irgendeiner Art inspirieren. Und die Folge hat euch auch Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars. Ich glaube, die Erbsen werden es mögen. Oh, gegen die Sonne gucken ist echt hardcore heute. Bis dann. Joao.